Das könnte gefährlich werden. Schön Mino, weglassen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Schön Silvio. Sie sind so passsicher. Kann man bei dem Tor auch ganz gut sehen, finde ich. Ein starker Angriff und dann der letzte, der entscheidende Pass. Das ist dann schwierig zu verteidigen. Stehen. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Flach. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob Sie den nutzen können. Schön. Nochmal. Schön. Ein fantastischer Treffer. Das war nicht schwer für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Mhm. Das 2-0. Und Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Schön. Krishito. Aaaah. Was tut... Boah. Schön. Silvio sauber. Boah. Mino. Gibt's jetzt die Gelegenheit. estruct正ussy. Klasse T-Po. Hahahaha. Und... Yas... teknikko. Έek Also... Ja... Das war Greiner ein. Hahahaha. Zieht euch zurück, Jungs. sonst werden wir aus dem Turnier ausgeschlossen nochmal schön schön nochmal Wahnsinn noch mal einen drauf ganz starker Auftritt von Ihnen Sie lassen einfach nicht nach Das ist eine beruhigende Führung für Sie Ich spiel den zurück, guter Doppelpass Tito und wir haben einen chill-leicht und wir haben einen neuen Spielstand 4 zu 1 Schönen wir noch Schönen wir noch zu schützen und wir haben eine Klasse gemacht Einseitige Gibt's jetzt schon sein drittes Tor eine Stimme Was finden? Sicher vom Treibwerden Sicher vom Treibwerden und wir sind bisher ja und besser kämen Sie heute nicht genug die Fans werden eine überragende Bo Bo No Vielen Dank.